Dieser Waschlappenverein Warum? Einmal so, ich brauche die Nuxer nochmal Achso, wie die sieben Zwerge kommen mit unseren Lampen aus dem Bergwerk gekrochen Ich habe eine verpasst Nein, nicht die Spritze, nein Ich habe eine Spritze verpasst Der Fettsack hat ihm echt Zeit gelassen, richtig anzuvisieren und mir einen Headshot zu verpassen Dieses fette Schwein, dieses Sinnlose Ist doch so Uns Rad will am Arsch aufreißen Das ist so mies Und dann holt es die Marken auf jemanden und dann werden wir auskommen Am Arsch Ich wusste, was du da vollkriegst, weißt du was Weiß ich noch nicht, oder? Ja, ich glaube ich habe mich mal auf dem Scheißhaus versteckt Aber ich weiß nicht, ob du das nur in bestimmten Situationen kriegst Keine Ahnung Oh Raben Oh, ich habe Schüsse Gar nicht so weit weg Oh Ja, wir können noch hier unten durchschleichen Ja Den Hinweis holen wir nicht, oder? Keine Bock Oh, warte Ich höre welche Das Ding schlägt noch aus Den können wir raus Okay, ich habe ihn Das war einer Es gibt keinen Oder, also jedenfalls ist er nicht hier Alter Ihr seid ja verhämmert Ich muss meine Foto stoppen Da kommt noch einer In diesem schwer verletzten Oh, ich brauche Medipack Oh nee, dann f*** dich doch Es gibt's nur einen Garten Oh, ich brauche Ich brauche Dieser Waschlappenverein Hehehehe 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 Aber ne Ah, da wird sich erfreut haben Den habe ich auch schon in den Schäden geschossen Die Tür ist auch nix Ist auf den Hinweis Fack, die Tür ist zu Machst du mal die Tür auf, bitte? Ach so, ach Und da ist nicht raus Munition ist voll Na ja Gucken wir mal da drüben Siehst aus wie Windertuch Was hat das für eine Knarre? Oh, ach ne Ach ne, ich bald über meine Was hat das für eine Pistole? Hier wäre ein Hammer, ne? Vorhut? Was ist ein Vorhut, alter? Ach, das, das, ey Das ist ne gravierte, ne Kram... Alter, das ist ja Wahnsinn Ich habe jetzt hier ne gravierte Waffe Geil Direkt vorne liegt der Hammer Die ist zwar scheiße, aber... Ne, andere Richtung Genau Was? Wie, welche Richtung? Da liegt der Hammer Auf der linken Seite Ah ja, ich habe ihn Warum? Einmal so, wir brauchen die Nuxer nochmal Ach so, ich dachte es gibt hier Hammerarbeit zu verrichten Ach so Ich brauche Medipack, ja sehr gut Auf, 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 sonst kriegst du den Hammer ins Kreuz Oh, Kasse Heute habe ich sie entdeckt Ach so, einfach Ah cool, 50 Kein Medipack Warte, da kann man ja auch irgendwie so ne Lampe auf den Wand schmeißen Ich brauche Medipack, alter Nichts Dafür kriegt die die Lampe Warte mal Warum ist die ruhig? Wieso ist die Fliegenschlampe ruhig? Doch, jetzt ist er noch aktiv, ich dachte schon Er hat auch ne Lampe, alter Wie die sieben Zwerge kommen wir mit unseren Lampen aus dem Bergwerk gekrochen Die Hosen frisch voll geschissen Vor Angst vor der Fliegenschlampe Wo ist die Bitch? Die steht links um der Ecke Na? Ja Wenn du uns einer jetzt sieht, alter, der lacht sich Oh, oh Boah, die hat das volle Paket So, dann komm mal Ja Ey, wo kam die her, alter? So, und wo wollen wir eigentlich hin? Erst bescheiden, was du mit dem Kippen kriegst, doch Ach ja, stimmt ja Das habe ich ja schon fast vergessen Verfreude Übern unser Ah, da ist es, da ist es Hoch! Mensch, hoch! Alter, hoch! Ja, schlaucht, also Ja Den Hammer, ein schlechter, da ist er bestimmt drin Ja Ja, was? Feuertyp, glaube ich Oh, oh Oh, oh Jetzt haben wir mit Heilwassertyp hier Ach so Ja, aber da ist er ja nicht, oder? Ja Ne, lass uns zum Schlachthaus Sonst Rennen wir hoch, wieder runter, dann wieder hoch Ja Ich hab das schon selber gefunden Ist er da? Ne, hier ist nichts Mal schauen, wir rühren mit dem Anderen raus Devent range noch Ja, ja Ja, ja Und dann flimmst wir uns ins Haus gesprungen Ja, ja Und dann flimmst wir uns ins Haus gesprungen Ich würde sagen, im Devent range, wenn wir schon mal hier sind Ja, mit Schmackes Auf dem Zaun Auf dem Zaun Ja, ja, ich weiß Ach so Ich dachte, du meintest die Ja, ja Ja, hab ja Du hast gesagt, du hast den Rauben Aber ich habe die links unten gezogen Aber ich habe die rechts Dann gesehen, wir haben die rechts Ja, ich habe vergessen, links rechts zu sagen Genau Abzache das Auf der Range, wir haben geschossen, Junge Ja, geht so gut Ja, die werden den wohl nicht etwa haben So Eiserbestände Das wird aber eingeschossen Oder ist das Krematorium Ich glaube, das ist Krematorium Krematorium ist das Linksraben Seit 9, wir sind montiert Alter Scheiße Was machen wir? Schwierige Entscheidung Ich weiß nicht, wie viele Jäger jetzt in die Richtung unterwegs sind Und wo die alle im anderen Gebiet sind Vor allem, wo ich gehen kann es Hellen und Sand rum Oder bei Catfish glaube ich Catfish 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 würde ich sagen Zur Not Wenn wir sehen, dass sie nach Stillwater rennen Können wir dann noch Pass ins zu Catfish Da fangen wir sie ab Scheiße, wir laufen falsch Ja, das ist wirklich falsch Ist noch umgedrehen in die Richtung Aber das Gute ist, wir müssen außen runter aufhören Wir müssen dann weniger Zonken So, weniger Spreuen Mhm Boah, ich glaube, jetzt kriegt er gleich Lungen Hey, wir sind schon da Wo ist denn der Wagen? Vielleicht da vorne nicht gesehen Ach, das ist ein Boot Ist das ein Boot, Alter Scheiße Jetzt habe ich ein Turbo gekriegt im Wasser Auch am feinsten So, die haben ihre Trophäe aufgenommen Du fährst da rüber, ich bin zu weit weg mit meiner Schuhe Ja, das stimmt Du müsstest dich hinter so einem Holzplatz verstecken Hinter so einem Holzstapel Oder... Die kommen ja wahrscheinlich von der Seite Wo wir jetzt hergekommen sind Dann bleibst du da vorne, wo du jetzt bist Mhm, machen ja Ich bin jetzt da hier Okay Du hast ein bisschen mehr, oder ich meinte, ne? Mhm Aber warte noch Vielleicht bis sie am Boot sind Bis ich in eine Schießerei verwickelt bin Dann konzentrieren sie sich auf mich Dann kannst du von der Seite angerannt kommen Und die mit der Schrotflinder Weg machen Und vergiss Dynamit nicht Dynamit muss fliegen Scheiße, ich bin zu weit für Dynamit Mist Oh ja Aber noch 13 Minuten schon beide, die können wir runter Mhm Die werden sich freuen, was für ein herzlicher Empfang Geh, Alter, die gehen rauf Guck Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Nee, die gehen nicht rauf Die kommen zu uns Das kann natürlich... Oh, ich habe Rami gehört Von links Also hinter dir Die kommen zu uns alle Die kommen zu uns Wenn sie dich sehen, muss ich natürlich mit zu dir gestürmt kommen Oh, du bist irgendwie gut im Schutz Oh, das wird geschossen Oh, du bist irgendwie gut im Schutz Oh, du bist irgendwie gut im Schutz Kommt zu uns, kommt zu uns Kommt zu uns Kommt zu uns Schaut cool aus Oh, ja Oh ja Die sind schon nah Ja Was lassen die sich auf die Zeit, Alter Wir werden nicht sehen uns Meinst du? Nee Mit der Schattensicht, warum nicht? Ja Auf die Entfernung? Hm Der Nachteil war, dass die Strecke so kurz ist Da wird wohl einer noch Schattensicht haben Von dem, denke ich Bestimmt, doch Die anderen rennen runter zu Stilwater Mhm Da hast du auch keine Schüsse mehr, Alter Die da oben haben sich ein bisschen aufgesplittet Ja, um 10 Hast du den? Bei 300 Okay, warte Da hinten die Hütte gesammelt Okay, cool, cool, cool Warte, lass den kommen, lass den kommen Ja, ja, ich mach gar nichts Hm Ey, die rennen die etwa auch hoch? Die rennen hoch, die Idioten, Alter Willst du mich verarschen? Los, da rennen wir hinterher Die knallen wir ab Fuck Oh, sorry, jetzt bin ich kurz im Stau Scheiße Haben die uns vielleicht jetzt wirklich gesehen? Ja, die laufen hoch Scheiße Und wir jetzt haben das Wasser vor uns Achso Da sind sie Ich habe eine verpasst Zweiter Nein Nicht die Spritze Nein Ich habe meine Spritze verpasst Aber auch nicht schlecht Huh Die schmeißen irgendwas Ich muss laden Ich muss laden Alter, Vorsicht, mach dir Mist Ich nehme ein Medipack Oh nein, oh nein, oh nein Oh nein Was nicht? Oh scheiße Boxen Boxen Ich kümmere mich um die Typen Wir bringen dich um Scheiße Mist, da hat mich kalt gemacht Alter Ist das ein Scheiß Fuck, Alter Da liege ich Pratsche breit Im Dreck Oh, Alter Ich habe den vorhin zwei Hits verpasst Jona Pfeffer Ja, ja, ja Ja, der andere ist hinter mir Hast du ein Mediklip noch? Ja Verbinde dich Schnell Ja, sehr schön Das war der Spinner Das war der Spinner Der zwei Hits gekriegt hat Glaublich Fuck Ja, naja Das war der Entrieb mit dem Hedge hat Scheiße, dieses dumme Schwein hier mit dem Uppercut Alter Scheiße Der war gut equipped Alter Fuck Ja, ja Aber Gut Kommen wir dann Ich mach jetzt Ja, weil ich der scheiße Hörer kippt habe So, zwei Jäger haben wir weggemacht Ist doch okay Ja Schau dich Leute, schau dich Na ja Trotzdem guter Run, Alter Oh holl ich wieder Na ja Komm nicht mad her Mit's bei Jäger Weil Ich hab dich Ja Jäger Ich hab dich